Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir gucken uns von Sascha vom lieben UnsympathischTV Endlich Nicht Lachen an. Endlich kommt wieder eine neue Folge von Nicht Lachen. Ich habe mega lange drauf gewartet, freue mich mega drauf, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken einfach an. Let's freaking do it, Alter. Endlich hat das Wort mein Ende. Endlich eine Episode von Nicht Lachen. Hallo, ich bin. Hallo, everyone. Dies ist Mike again for you with the Outfit of the Day. Luca hat mir eure Clips zukommen lassen. Die schaue ich mir gleich an. Falls ich lachen sollte, habe ich verloren. Falls ihr daheim lachen solltet, habt ihr verloren. Ihr wisst Bescheid, wir lachen natürlich nicht. So wie auch in den Try Not To Love Challenges bis jetzt nicht. Ich glaube, ich war mal als Kind in meine Oma verliebt. Ich würde sagen, erster Clip. Let's go. Same Reaction, Alter. Einfach nur. Alter, es ist ein Elektro-Schockerstift. Okay, wann genau schockt er mich, wenn ich obendrauf drücke? Auf jeden Fall stabil, Papa Platte. Gut nachgedacht. Da gehen Grüße raus. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Da gehen Grüße raus an Papa Platte. Abitur Brandenburg 2019. Ich war dabei. Wenn wir uns treffen, sind wir eigentlich schon auf Party. Allein der Weg... Alter, Knossi, ey. Die Weg zur nächsten Diskothek ist schon die Party. Wenn wir irgendwo sind, schon vorglühen. Bei uns ist immer Rock'n'Roll, Highlife. Bei uns, da tanzen die Weiber nackig auf den Tischen. Wir lieben das auch so. Jens, falls du das sehen solltest, es tut mir leid. Jens, 23. Warum sieht Jens mit 23 schon so aus, als ob er, keine Ahnung, Ende 30 wäre? Ja! Ja! Alter, Junge, ey. Schock Giselle. Steh mal auf. Dreh dich mal. Dies, das. Tie mal Rock hoch. Eine amüsante Runde gegen den Peter, der sowieso kein Gehirn hat. Auf den Schock erstmal in die Werbung. Mein RTL! www.unsympathisch.de Endlich ist wieder der bunte Unsympathisch-Sweater mit 3D-Stick verfügbar. Schlagt zu, solange der Vorrat reicht. G steht für Gönnen. Und 5 steht für... 540 Gramm. Mein RTL! Schöne Werbung auf jeden Fall, Alter. Boah, das Bild, ey. Das Bild schon heftig. Hört mir zu. Männer sind wie Katzen. Manchmal kotzen sie in die Wohnung. Und lecken sich selbst auch am Fell. Aber wenn du sie vom Balkon schmeißt, könnten sie das überleben. Vielleicht sind sie auch tot. Denkt an meine Worte. Ja. Das denke ich mir auch, Kollege. Das denke ich mir auch. Vor zwölf Jahren trat in Portugal ein Gesetz in Kraft, das den Konsum von Drogen und den Besitz von bis zu 10 Tagesdosen für den Eingebrauch inkriminalisiert. Zwischen harten Drogen wie Heroin oder Kokain und Weichen wie Marihuana oder Haschisch wird nicht unterschieden. Grüße gehen raus nach Portugal an Unge. Meine Mom kommt nächste Woche Donnerstag vorbei. Wir machen hier so einen kleinen Übernachtungspumpf. Boah, Alter. Das ist eine heftige Folge auf jeden Fall. Das ist eine heftige Folge. Ich hasse mein Scheißliebe. Oh Gott, oh Gott. Hey, ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken. Sehe ich so aus, als hätte ich Sex? Alter, Junge, was das für eine heftige Folge? Die ist ja mal übertrieben geil, Alter. Einfach direkt mal ein Like reinknallen, Alter. Kein Sex vor der Ehe. Ja, genau. Ja, Leute, Miguel, ich und Dennis sind gerade hier unterwegs und wir werden gerade von vier Kanacken verfolgt. Ey, Digga. Das ist tatsächlich passiert. Ich muss wegkommen. Boah, Digga, was? Was? Scheiße, wie geil ist das denn geschnitten, bitte? Kein Sex vor der Ehe. Ja, genau. Ja, Leute, Miguel, ich und Dennis sind gerade hier unterwegs und wir werden gerade von vier Kanacken verfolgt. Ey, Digga. Und Leute, an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat. Alter, es ist tatsächlich, ich glaube, das ist das erste Mal, oder dass ich es tatsächlich nicht geschafft habe, mit Lachen zu unterrücken. Also das war gerade so perfekt zusammengeschnitten. Unfassbar einfach nur. Genial. Also heftige Folge. Auf jeden Fall das Original. Bitte liken. Bitte Support da lassen. Heftig. Ja, dann könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Sendet auch jetzt wieder eure Clips an diese E-Mail-Adresse und in einem Monat kommt dann wieder Versuche, nicht zu lachen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder ist. Wahrscheinlich, du bist auch dann auch so, wenn du dann schreist, schreist du alles hier oben raus, Alter. Ja, wenn Bücher kommen, auch ein 50er. Wie schreist du dann? Ist da richtig amok angesagt? Ich freue mich dann. Echt? Ja! Alter. Heftiges Video auf jeden Fall. Krank. Leute, ich hoffe, ihr hattet auch was zu lachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, Leute. Ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Hau da rein. Und ciao.